so jetzt gibt's Arschtreten für die Silberne Klopf Klopf dann gehen wir mal euch erwerben Burschis wenn ich es denn mal durch die durch den Ladebildschirm schaffe ab in den Stealth Modus Bogen raus kurz gucken ich glaub den kann ich schon wieder aufladen einfach mal hier kurz abspeichern schnell ich hab jetzt gar keine Ahnung mehr wie lang das hier dauert und da kommt er an alles ruhig Klopf haben es ja gut Orkischen Bogen mit mit auch mit kommt die Rüstung wo sind denn auch mal mit 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 das ist die so dritte Goldschirm auch mit ist nichts nichts wenn man sich nur gut verstecken wenn man den versteckten Spiel spielt so ist hier noch einer oh ja hier ist noch einer was eine besser gesagt nichts interessantes nichts interessantes Eisenschilden wir brauchen ihn nicht oh trank keine Sporte los nehme ich alles mit sonst nur verbrannte Bücher ne wieder ab in den Stealth Modus Eisenschwert ne nur so Bob Waffen die sind erstens sau schwer und zweitens sind die nix wert genau aber hier Zwergenfall Lüberschwert und diese beschlackene Rüstung nehmen wir mal mit das auch mit den Seelenstein weiß ne nee brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht was das hm ne ist hier noch irgendwas schönes ne dann schleichen wir uns mal weiter oh da ist einer was war das nichts nur ein kleiner Wald elf fuzzi was war das scheiße BAM ja jetzt hier die schon kaputt so das 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 so schauen wir mal hier weiter ist das für ein lustiges Buch ne brauchen wir auch nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht Gold beschlagene Rüstung ne ist hier noch irgendwas Gutes komische Briefe ehrlich ne ne verbrannte Bücher wer tut sowas die guten Bücher ja apropos Bücher ich lese grad ähm oder hab gerade gelesen das erste Buch hier von wie heißt denn das das Lied von Eis und Feuer Game of Thrones das sind die Bücher also die Bücher zur Serie oder die Bücher nein die Serie zum Buch ja die Serie ne die Bücher waren zuerst und dann kam die Serie genau so rum ja lese ich gerade oh ich muss sagen das ist echt gut also ich hab die Serie zuerst gesehen aber ja wunderbar sage ich dann nur man kann es nur jedem empfehlen wer gerne Fantasy Bücher liest stoppt euch das auch wenn das grad so ein bisschen modern ist dieses Buch zu lesen oder grad beliebt ist weiß nicht die kennen das wenn irgendwas beliebt ist macht man das so ungern eine weiter so Ausdauer tun wir als erstes machen aber ich muss sagen es hat mich nicht enttäuscht nächstes so das kann man denn hier mal gucken ich hab grad keinen belassen Schirm mehr Leichtwürdigkeit löst keine Druck Schalterplatten mehr aus aber ich will das hier haben oder ja komm ich nimm das ich kann jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes gehen aber ich hab grad Lust darauf dass wir noch schleichen noch besser werden du knacken wir das hier mal noch versteckt sich hier noch einer hier aber schlafen überrascht das ist aber auch gemein gewesen oh ja das gebe ich zu einfach so reinkommen und beim Schlafen stören das ist nicht nett gewesen tut mir leid böser obwohl nein tut mir gar nicht leid ihr Säcke seid nach Jorske gekommen Arschgein ach es ist aber schuld wenn du hier schläfst so so zu der Beschwerd jo nehmen wir mit ein Fell wahrscheinlich von dem Hautabzieher dem gefürchteten Hautabzieher der ist ganz gemein hundsgemein ist der oder war es besser gesagt so sonst habt ihr ja nichts mehr versteckt ne oder da hinten noch was dran aber schönes Holzkohle ne für was Holzkohle ist frage ich mich auch die ganze Zeit die noch irgendeinen bestimmten Zweck hat na ist da jemand nein hier ist niemand nur der Bob und tschüss so also so ist der Bogen ja echt cool aber halt wie immer Wochen beim oder wahrscheinlich bei euch dann bei den Folgen davor äh gesehen hat bei so einem Drachen fehlt der Schaden ohne Ende aber vielleicht kommt der ja noch oder auch nicht Stroh Stroh brauchen wir übrigens für das Haus das nehme ich jetzt einfach mal mit und lade es dann bei dem jetzigen Haus was ich gekauft habe so hier noch irgendwas Schönes drin blaue Robe nö schwarze Robe braucht man alles nicht Eisenbahn nehmen wir aber gerne mit dies können wir nämlich ganz sicher gebrauchen und hier noch was Schönes drin oh lauter schöne leckere Sachen Kinderpuppe hier wollen keine Kinderpuppe obwohl wenn ich eine Tochter adoptieren dann kann ich an die Kinderpuppe gebrauchen so immer mal mit dann kann man die nämlich den Mädchen schenken vielleicht adoptiere ich einfach mein Mädchen aber ja mach ich dann seht ihr das auch mal wenn wir wieder in Weißlauf sind guck ich dann mal die Geldbeutel will ich auch noch so dann gehen wir noch mal hin so Freunde ach nee sich nochmal durch den Keller kämpfen ich dachte demnächst noch oben wäre schon noch aber ach nee was ist heute los mit meinem Ding schulz gold und Stauschwertes brauche ich nicht ich gehe mal aus dem Weg hier und lauter weinen so habe ich das gern oh da ist so eine Tante tschüss mach man das auch mal auf hier üben wir gleich wieder mal wie heißt das denn war Prozent Schlösser knacken und der ist sowieso lehrer dieser Wehrwolf da ich sie schon mehr erlaubt nicht drauf ich dachte schon ich bin ich bin ich bin ich bin aber ich bin ich bin aber das wird Ruhe dabei Lachsbraten Ampirstaub Zwergenpfeil das ist meiner die Rüstung nehmen wir mit oh die Rüstung nehmen wir auch mit Eisenschwert oh man die haben wir hier können zu rüstungen können eine ganze Armee damit ausstatten hier ich trage schon zu viel waffenbekleidung dann schmeiß mir so eine Elben Elfenrüstung Eisenrüstung so komme ich denn jetzt hier mal zum Ziel mal kurz zwischenspeichern und das füchte und das füchte jetzt aber oder hier da jemand nein jetzt den hier noch lange sie durch den tiefsten Dschungel noch was Dschungel Höhlen Zwergenfallen und das ich glaube lange habe ich auch echt viel mit dabei ganz überschwört okay irgendwas habe ich zu viel Waffen das war das Kleidung, Eisenrüstung, ach komm Eisenrüstung weg die einsame Wache, oh leichte Rüstung nimm mal mit verkaufen wir oh schöne Teppiche aus dem Orient wo geht's denn hier noch lang alter Schwede was war das naja denkt auch hier perfekt so was geht denn da lang diese zwei Hände sind auch so schwer hier also die zwei Hände Silberschwerter so dann öffnen wir das auch gleich mal hier oh sage mal mei oh mei da will der Wolf hat nur eine zerschlissene Hose dabei im Lehrling hier noch das Pferd durchsuchen bestimmt ganz viel Gold dabei Hacker immer diese Millimeter Arbeit was hat das dabei? Pferdefleisch ja bei stich so Pferdefleisch wo ich hab schon Pferdesalami gegessen es hat gar nicht so schlecht geschmeckt wie man sich das vorstellt stellen ne das war es gut es war immer so doof dass man nicht einfach in den Raum kann ich glaub das kann man auch dann relativ wenn man das hochgeskilled hat ohne Ende also das Schleichen nirgendwie 100% hat kann man wahrscheinlich vor Leuten stehen und nie sehen nein nicht öff